Ich bin jetzt am Zaun direkt und lauf in Richtung dem umgekippten Zaunstück. Ich bin jetzt durchgelaufen. Ich komme auch rüber. Lass mal kurz die Tanke checken. Natürlich noch mal ein AK Stock passt bei mir nicht rein. Bei mir auch nicht. Na dann. Gleich raus. Weg von hier. Ich schau die grüne Küste drüben noch schnell an. Tu das. Ich bin schon mal an der Brücke. Oje, oje, oje. Es lag schon wieder herunter. Nein. SV98 Magazin. Hinterm Zaun ist jetzt einer gespawnt. Ok, den holen wir uns. Ich bin hinterm LKW bei der grünen Kiste wieder. Da habe ich vorher ganz gut. Gute Erfahrung gemacht. Ich bin... Wird auf dich geschossen? Ne. Bist du beim blauen Sprinter? Ja, ja, ja. Wie gesagt, der ist hinter dem Zaun gerade gespawnt. Gut, dass ich die Tankstellendür wieder zugemacht habe. Somit klappt er alles alleine. Ja, ich sehe ihn. Oh, das war noch ein zweiter. Ich habe nur den Kopf kurz vorbeigehen sehen beim Zaun. Ja, das habe ich auch nur gesehen. Ja, jetzt kommt er drüber, geht in Richtung Brücke. Warten, bis er näher ist. Ja. Jetzt ist er da vorne, siehst du ihn? Ne. Ja, ich sehe ihn. Stopp! 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 Du gehst so heftig los. Okay, lass durchgehen. Unter der Brücke. Ich bin rechts. Okay. Ich habe rechts was gehört auf der Brücke, glaube ich. Pass auf. Okay. Ich gehe links hoch auf die Brücke. Guck, ob ich den erwische. Ich sehe noch nichts. Irgendwas schießt das. Ja, das wird hier links hoch kommen, glaube ich. Von der Abkürzung aus. Kann so, ja. Ich check nochmal die Tankstelle, dass es nichts in den Rücken fällt. Mhm. Schaut gut aus. Ich gehe links runter. Ja, ich bin hinter dir. Ich decke den Durchgang ab. Ich gucke, ob hier was durchkommt. Hm, das ist alles noch. Ja, ja, ja. Lass uns ein Stück vorgehen. Das ist eine AK. Vielleicht können wir ein paar Spieler zerlegen heute. Und hier machen schon die Skeffs wieder. Hier ist einer. Hab ihn. Sehr gut. Sehr gut. War aber, glaube ich, ein Skeff. Leckig. Bord. Nein, wir könnten jetzt die Abkürzung abcampen, aber das ist für die Zuschauer ja langweilig. Ähm, da könnte ja gleich was durchkommen. Deshalb halte ich das für gar keine so schlechte Idee. Wir müssen aufpassen, weil die können uns von der Brücke aus sehen, wenn wir doof stehen. Von der Zugbrücke, weißt du? Ja, ich würde da stehen bleiben, wo ich jetzt bin. An der Tank ist gerade richtig was geboten. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, am Ende. Okay, ich sehe dich. Ja. Die Pumpgun haben, die ich hier habe. Und was hast du? Hast du Zweiter, oder was? Ja, ich habe jetzt gerade von dem die, äh, Ding genommen. Okay, ja, dann nehme ich's. Darf man hier stehen. Das gerade. Ja, scheiße. Munition brauche ich dir halt wieder nicht hinlegen, ne? Die liegt hier im Gras. Schau mal direkt unter dir. Pumpgun habe ich. Ich gucke mal, ob ich die Munition hier hinlegen kann auf diese Steinplatten. Ja, jetzt liegt sie hier vor mir. Ja. Dankeschön. Ich lasse trotzdem die Pistole damit in der Hand, weil dann kann ich auf Entfernung zumindest etwas anrichten. Ja. Achtung, ich höre da irgendetwas. Die kommen. Ja. Die Spieler kommen. Die MPX war bis jetzt auch nicht so mein Favorite. Aber da hat ja jeder seine eigenen Vorlieben. Hm, die sind schon durch. Ne, das ist immer noch da hinten. Ja, die sind hier nicht gepostet. Muss eine Bushaltestelle oder sowas sein, ne? Ja. Und hier an der Tanke geht's auch ab, also irgendwie. Achtung. Ein Bot schreit. Ja. Hier links an der Mauer ist was. Direkt neben mir. Da rennt einer nach hinten durch. Richtung Tankstelle grad. Das hier hinten durch. Richtung Zugbrücke. Tief. 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 Mach mal. Was mach ma? Mhm. Die offene Fläche, da gefällt mir grad gar nicht. Ne, ne. wenn dann hinten zum checkpoint durch die durchbrüche an der wand da kann man so ein bisschen abfangen dann braucht die bewaffnung für wenn sie durch die abkürzung durchgehen ist scheiße aber was willst machen ich gehe da auf den schlüssel wie wir wissen ja mp5 zum beispiel auch nicht mein ding aber genau ak ist halt da komme ich richtig gut drauf klar ich liebe das teil kommt mit der m4 ganz gut klar ja die sowieso übermächtig du musst ja abgewöhnen von mir durchzulaufen wenn ich kim und kann sein dass die von jemand anderem erwischt werden dass da noch jemand schießt beim checkpoint liegen totes gab es ich gehe vor zum anderen durchbruch wahrscheinlich werde ich gleich verrecken ich bin hinter dir mit der schrottflinte in der hand rennst du gerade über metall ja ich bin übers rau gesprungen hier ist alles tot an scuffs ich guck mal was ob das eine war sieht zumindest mal aus wie einer oh man jetzt häng ich hier fest der hat noch eine schöne tactical rig dabei wenn du die nehmen möchtest ja gerne und dann können wir schande bitte erst noch decken bevor du den lootest da hat eine granate geworfen weg 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 bist du wahnsinnig mir geht's gut mich hat nichts getroffen wir haben ihn zumindest ja ich werde geschossen von hinter der halle hier links weg weg ganz hinten richtung ausgang ist der den krieg ich so nicht beschossen mit meiner waffe der trifft gut der zerfetzt mir die beine ich habe ihn jetzt gehittert er geht in deckung hier geht noch deutlich mehr ab ich versuche an ihn ranzukommen ich gehe von hinter der halle durch steht er da noch naja er kommt vor zu mir an der wand entlang er hat mich getroffen ich sehe ihn ich bin gleich neben ihm hab ihn sehr gut neben mir bei der mauer war auch noch irgendwas das gefällt mir gerade alles gar nicht ja dürfte aber was gutes gehabt haben da vorne ne das war eine pistole wenn du was zum heilen hast bitte sag mir ich ähm was brauchst du irgendwas nur für hp zum wiederherstellen ich blute nicht gar nichts ich hab nur ne kleinigkeit komm her ich werf schnell hier auf den boden ja pass auf ich hab da auf der anderen seite was gehört danke eigentlich sehen wir gut aus ne für'n scafran wir können uns fast auf den weg machen ich würde noch gerne oben beim checkpoint den typen looten mit der ak der liegt gut oh ne man das ist mir grad zu blöd ok wie viel zeit ist vergangen du liegst eh da vorne im gras gell ich lieg hier grad im gras ja in richtung durchbruch ja passt ich riskiere es ich schau mal was da vorne so herumliegt bleib du da der eine den wir hier zuletzt gekillt haben auf der straße der hat ne ähm der hat ne saiga dabei wenn ich das richtig sehe ja das war echt ein guter flank der wurde schon komplett ausgeräumt da den da oben können wir kriegen aber da müssen wir schnell sein ey wie machen wir das der hier hat noch ne saiga und ne äh packa hol ich mir okay Achtung, Krieg, ich bin tot, vom Wald, irgendwo Ich hab's gewusst Ich seh'n, der ist da hinten an der Am Stromnast Ein Spieler Ein PMC oder ist GERF Spieler Ein PMC, ich hab ihn nicht neben gesehen PMC Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Scaf war, auf den ich da hinten geschossen hab Der mir eigentlich hätte helfen können Auf jeden Fall hat er Russisch geredet Sehr schlecht Ich müsste ihn hören, wenn er versucht, über die rot-weiße Mauer drüber zu springen Scheiße Ich glaube, ich werde gucken, wegzurennen Versuchen, wegzurennen Aber dann hat er Schöne Möglichkeit, auf mich zu schießen Granate hat mich erwischt Gesangt Chao Para Chao P Pe Chao Chao ka